Yo yo yo, was geht ab meine liebe Rasselband, ich bin's wieder euer Schurke, ich hoffe es ist alles gut bei euch. Heute ein Video zu den drei besten Surffilmen und ich würde sagen wir fangen einfach mit dem ersten an. Film 1. Point Break, Gefährliche Brandung. Ja, Point Break, Gefährliche Brandung ist ein Actionfilm aus dem Jahr 1991 mit Starbesetzung von Keanu Reeves und Patrick Swayze. Und um bei einer Ermittlung zu einer Serie von Banküberfällen weiter zu kommen, wird halt der FBI Agent John Huter, gespielt von Keanu Reeves in die örtliche Surfszene eingeschleust. Und dort wird halt immer mehr von dem Gang-Anführer Bodhi beeindruckt, Bodhi ist gespielt von Patrick Swayze. Als ihm dann jedoch immer klarer wird, dass diese Gang hinter den Banküberfällen steckt, gerät der junge FBI Agent in einen Gewissenskonflikt zwischen FBI und Surfer Gang. Ja, das ist so der grobe Inhalt. Es gibt mittlerweile eine Neuverfilmung, die dieses Jahr im Januar erschienen ist. Natürlich haben wir in der heutigen Zeit bessere Technik und können größere Action und größere Effekte umsetzen. Jedoch finde ich das Original um einiges besser. Allein auch wegen den beiden guten Schauspielern. Ja, kommen wir zu Film 2. Film 2 ist eher ein Drama, eine Biografie. Film 2 ist... Mavericks lebe deinen Traum ist ein Drama, eine Biografie, erschienen im Jahr 2012 mit Starbesatzung von Gerald Butler. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und es geht halt um das Leben des jungen Surfers Jay Moriarty, welcher gerne unbedingt in seinem Leben einmal die Riesenwelle Mavericks reiten wollte. Der Film beginnt in seiner Kinderzeit, wo Jay von Frosty Hessen, gespielt von Gerald Butler, aus einer Brandung gezogen wird. Und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung und dann sieben Jahre später, wenn er 16 ist, träumt der junge Surfer halt immer noch davon, einmal diese Welle zu reiten und geht zu diesem Frosty Hessen, welcher ein sehr guter Surfer ist. Und nach langem Hin und Her lässt sich Frosty dann auch darauf ein, den Jungen zu coachen, um ihn auf die Welle vorzubereiten. Und Jay absolviert dann ab diesem Moment halt ein sehr hartes Training, um die Welle auch meistern zu können. Ja, der Film ist mit Höhen und Tiefen geladen und ist sehr emotional. Teilweise hat man sogar das Gefühl, dass das Surfen eher zur Nebensache wird und es eher um die Beziehung zwischen Schüler und Mentor geht und darum, wie eifrig dieser Jay halt sein Ziel verfolgt, die Wellen zu reiten zu können. Das war es eigentlich schon zu Film 2, starten wir mit Film 3. Surfer Dude Surfer Dude ist eine Komödie, erschien im Jahr 2008 mit der Starbesetzung von Matthew McGonaghery und Woody Harrelson. Und in dem Film geht es um den Surfer Steve Eddington, gespielt von Matthew McGonaghery, welcher in seine Heimatstadt Malibu zurückkehrt. Dort stellt er fest, dass sein Club einen neuen Sponsor hat, der Steve auffordert, mit Videospielen und Fernsehsendungen aufzutreten. Da hat er natürlich keinen Bock drauf und lehnt diese Aufforderung natürlich ab und will eigentlich nur den Urlaub mit seinen Surfer Dudes verbringen, doch irgendwie kommen einfach keine großen Wellen, die man reiten kann. Letztendlich geht da natürlich auch das Geld aus, was ihn dazu zwingt, in einer Sendung aufzutreten, welche sein Manager Jack organisiert hat. Der ist gespielt von Woody Harrelson. Ja, Steve ist es halt nicht mehr möglich, seinen entspannten Surfer Lifestyle zu genießen und er wird nun halt gezwungen, diese Spielchen der kommerziellen Welt mitzumachen. Es ist eine sehr amüsante Kamödie, die zeigt, dass Geld nicht alles ist, es vielleicht aber auch nicht ohne geht. Und Matthew McGonaghery bringt auf jeden Fall einen entspannten Surfer rüber. Kann man sich entspannt geben, ist auch gut zum Abschalten. Das waren die drei besten Surfer-Filme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Auch gerne in die Kommentare schreiben, auf welche Filmthematiken oder welche Filme ihr vielleicht noch Bock hättet. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.